Gut, äh, reden wir mal mit Mona. Hm. Nein. Oh, schau, ich bin mir geimpft. Hm. Hey, äh, wir können dir weniger schreien, wie deine Frau. Guck, nur, 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 nur. Die Frau sagte. Ja, nein, ich hab den. Hey, äh, irgendwelche... Guck, nur, die Frau... Ja. Hm. Das funktioniert also schonmal nicht. Oh, lecker aussehendes Frühstück. Was denn? Alles das ist Fake. Vielleicht hat Leo es für Hörerwalt-Fahrzeuge. Hm. Fake food doesn't seem super useful. Fake food doesn't... Ah, schade. Lecker aussehendes Frühstück. Können wir einnebeln? Nö. Farbrezept. Okay, was brauchen wir für Zutaten? Wir brauchen eine Feder. Wir brauchen eine Wurzel und wir brauchen Beinknochen. Okay. Also Beinknochen kriegen wir, wenn wir Zutritt zu diesem komischen Labor kriegen. Küche? Keine andere Servanten in der Küche. Ähm. Aber ich bin ein vielversprechendes kulinarisches Genie, das ich beweisen muss. Aber ich bin Leonardos offizieller Vorkoster. Leonardo hat mir gerade gesagt, dass sein Frühstück nach gekochten Pferd geschmeckt hat. Leonardo hat mir gerade gesagt, dass sein Frühstück wie ein kaltes Hörer. Natürlich hat er es getan. Was hat der Teufel, dass er denkt, dass er es essen würde? Hm. Was? Ich habe gerade eine alte Taube im Hof gesehen. Ich glaube, sie stirbt. Ich habe gerade einen alten Pigeon in der Küche gesehen. Ich glaube, sie stirbt. Aus meinem Weg! Das sind zu gute Beine! At least! Ah, verdammt. Ich dachte, wir könnten mehr mit ihr quatschen, aber... Ja. Dass sie sich so leicht verscheuchen lässt. Was gibt's denn hier? Flasche. Ah, Rattengift. Oh. Ähm. Aber ich bin ein kulinarisches Genie, das ich beweisen muss. Aber ich bin ein promisender, neuer kulinarischer Genie, mit alles zu prüfen. Und ich bin eine surly alte Soup-Linie mit einem Steakknife. Jetzt schrapp! Hm. Aber ich bin Leonardo's Vorkoster? Aber ich bin Leonardo's offizieller Taster? Ha! Nicht sicher, Stringbean! Mein Kuchen würde wahrscheinlich dich töten, wenn es so verletzt wäre! Was? Ah. Die Taube ist zurück. Sie kränker aus als je und je. Das Pigeon ist zurück. Sie sieht schäfer als je. Es wird nicht weg. Es wird nicht weg. Es wird nicht weg. Okay. Also mitnehmen konnten wir das schon mal nicht. Rezepte. Chef Benedikt Rosers' traditionell boiled Weasel. Step 1. Bring water to a boil. Step 2. Boiled Weasel. Step 3. Salt to taste and enjoy. Hm. Können wir da unser Rezept mit dran kleben? Ich glaube nicht, das wird funktionieren. Schade. Was haben wir denn sonst noch da? Eier. Okay. Egal, was wir nehmen wollen, sie ist da. Das ist es. Ich kenne deine Eier. Hm. Versuch es nochmal. Ich dachte, ich habe dir gesagt, du bleibst raus. Ja. Bad Pigeon ist zurück. Es wird nicht weg. Ja. Geh mal schneller. Topf. Flasche. Küchentür. Ah. Äh. Ja. Da ist... Ich glaube, wir können sie aussperren, oder? Ja. Sie kommt immer wieder. Das ist es. Ich kenne deine Eier. Ah. 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 Okay. Wir kriegen die Dame da also nicht weg. Es sei denn, wir packen einen Balken vor die... Pfeffer Busch. Nö, hier gibt es auch sonst nichts. Nö, nur die beiden Sachen. Und zurück zum Dorf. Also wenn wir einen Holzbalken oder sowas hätten, dann könnten wir den vor die Tür machen. Dann kommt die nicht mehr rein. Fluss. Mysteriöses Schild. Mysteriöse Tür. Ohne Schlüssel kommen wir dann nicht weiter. Wir waren noch nicht auf dem Friedhof. Also wir müssen ihre Haare färben und sind ja endlich fertig. Hey, äh. Do either of you know, Leonard, wait your turn rectangle. I'm not cutting. Muck. Oh. Okay. Das ist ein bisschen doof an dem Spiel. Dass wir Sachen, also Gespräche und so immer und immer wieder wiederholen. Wiederholen. Ähm. Fleischreißende Pflanze. Tentabell. Wow. Ups. Hey, Liz. Sind Sie da? Ja, was ist denn? Ich muss wissen, ob eine Pflanze gefährlich ist. Okay. Was sieht es aus? Äh, eine enorme, toilet-shapelle Mütze, volle von rasorscharpen Fangen. Was sagen Sie, Calvin? Hm. Es ist völlig sicher. Calvin, es ist ein echtes Miracle, dass du so lange lebt hast. Hm. Okay, gut. Wir halten uns davon fern. Kommen wir da ran? Nein? Kommen wir nicht. Schild. Cemetery. Eh, nah. Kommen wir nicht. Hm. Der Mond. Wow. Ich habe nie gedacht, dass der Mond so alt war. Hehehe. Wow. Hehehe. Hm. Ja. Können wir weitergehen? Ja, können wir. Ein Rabe. Ich fühle mich, dass ich etwas über eine von diesen in der Hochschule gelesen habe. Hm. Nevermore. Nimmermehr. Rabe, nimmermehr. Der fliegt weg. Hier liegt Mig Carbonell, der seine Lungen aus dem reichen alten Alter von 96 riecht an ein paar Teenagern, um ihre Pantaloonen zu schreien. Mhm. Ja. Hier liegt ein schreit. Aber. Schloss? Totengräber? Hütte? Ah. Willkommen, Sir. Schaut nach jemanden in particular? Just, äh, browsing. Hm. Oh, take your time. They ain't going anywhere. Mostly. Äh, was ist mit der Pflanze da? Was ist mit der Pflanze da? Angry little shrub bit me right in the ass. See? Dein. Nein. Ja, okay. Got it. Thank you. Had my keys in that pocket too. Now I'm locked out to the, ähm, you know, miscellaneous doors. Ah, 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 die Tür im Dorf. Haha. Äh, ist das Ihr Rabe da? Is that your Raven over there? Yeah, it's a union thing. Every Graveyard's car has at least one ominous foreboding bird. Some people go owl, others go vulture, long as it creeps you out. Hm. Ja. Ich suche übrigens ein Oberschenkelknochen. I'm in the market for a leg bone. You Leonardo's new assistant, then? I am, yes. I assist him with all bone-related matters. So, uh, you bring the goods? Goods? What kind of goods? If you're really Leonardo's assistant, you know exactly what kind of goods. Oh, right, those goods. Yeah, let me, uh, go get them. Mmh. See you around. Toodles! Okay. Hütte. Joa. Schuhe? You know how sometimes in adventure games the protagonist will pick something up, even though nobody in their right mind would go anywhere near that thing? This is one of those times. Hm. Ew. Oh, oh, God. Oh, it smells exactly. Ja, wie Blauschimmel. Moment. Wir brauchen nur Wurzeln, Beinknochen und ne Feder. Das hat jetzt nix mit den Sachen, die wir gesammelt haben, zu tun. Gemälde? Ja, wo können die Widow-Cuties? Ja. Ja, wo können die Widow-Cuties-Laken? Klar. Dieser Thread-Kount ist unglaublich. Somebody knows how to shop for Linens. Hm. Ofen? Hier ist aber, was ist ne Notiz? Und ne Hacke. Leider und Stock. Hey, these drawings are pretty good. Maybe the Gravedigger is making a comic about a guy with severe mood swings. Äh, ich weiß schon. Das ist, ähm... Welche Hand- und Gesichtsdinger wir einstellen müssen, je nachdem, wie der Mond ist. Und der Mond war ja so. Also muss das ein Typ mit einer Sonnenbrille und einer Roboterhand sein. Ändert sich das, frage ich mich gerade? Du brauchst keine Hacke, um die Graves zu spüren, oder? Ich werde das nur für ein paar Zeit nennen. Mhm. Wem erzählt er das gerade? Das ist doch keiner. Ofen. Cozy. Mhm. Warum haben wir so viel Schwachsinn? Ja gut. Gehen wir mal zum Schloss. Irgendwie müssen wir den Raben doch auch fangen, oder so. Oh, wer ist denn der? Hallöchen. Statt dein Business, Stranger. Der Duke ist nicht untertehnende Gäste. Ähm. Ich bin wegen des Rundgangs hier. Ich war eben schon mal hier und glaube, ich habe was verloren. Mein Herr, ich fordere euch zu einem argwünnigen Star-Duell heraus. Sir, ich challenge euch zu einem suspicionsen Squintoff. Bring es, Rook. Ich squint suspicions für ein Leben. Und dann mache ich es für Spaß auf den Wochenenden. Beginn! Hm. 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 Ja. Ich kann es nicht mehr nehmen. Pathetisch. Geh nach Hause und bleib ein Familienmann. Äh, ich war eben schon mal hier. Ich glaube, ich habe was verloren. Ich war hier früher und ich glaube, ich habe etwas hinterlassen. Deskribe das Objekt. Es ist ein großer, schwarzer und weißer Ding. Mit vier Legen. Kindlich hauern. Das ist eine Kau. Du sagst, du hast eine Kau hier gebracht. Ja. Und dass du denkst, du es hier verlassen hast. Genau. Hm. Ich bin wegen des Rundgangs hier. Ich bin hier für den 10.30 Tour. Alle Tours wurden verabschiedet, wegen der Gelegenheit. Woher gehen die Gelegenheit? Die Dukes zwei Gestüter haben die Tours gemacht, aber sie konnten nicht aufhören, wie sie machen. Also hat der Duken sie beide in den Kau, bis sie lernen, wie sie schön spielen spielen. Wie können ein paar Gestüter nicht zusammenkommen? Sie sehen immer, wie sie in einem guten Mood. Ja gut. Ich glaube, ich komme nicht weiter. Du musst gehen. Behöver dich. Kann ich einfach... Nein, ich kann nicht durchgehen. Schade, was? Schlosstür? Ah, ich komme nicht weiter. Die Wache ist im Weg. Ich komme nicht weiter. Ah. Irgendwie kann man den Raben bestimmt fangen. Können wir die fleischfressende Pflanze mit der Socke verjagen? Die Socke am Stab? Ich bin nicht sicher, wie sie zusammenkommen. Ah, können wir mit der Hacke die fleischfressende Pflanze kaputt machen? Es wird die Hau in der Hau beitert. Kein Problem. Hm. Will die Pflanze vielleicht in das Socke futtern? Es hat eine Hau, nicht eine Nase. Ich denke, die Socke wird es nicht beurteilen. Tja. Können wir irgendwas in den Topf da schmeißen von dem? Die Socke vielleicht? Einfach nur mal so? Weil es geht? Okay. Blatt. Bei dem können wir nichts Neues sagen. Äh, oh, hier. Genau. Oh. Du hast nichts, das kann eine Angeleinige Pflanze? Oh, ist das Monstrosität mit dem Graveyard actinend wiederum? Du kennst es? Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es accidentlich, ich sage. Ich habe eine von mir von einem von mir volatilischen Pflanze auf eine Innocent-Litle-Weid. Dann hast du etwas, das kann man es beschränken. Ich habe Puls, das sollte soothe es, ja. Ich nehme sie. Hm, kann ich die nicht umsonst haben? Hm. Joa. Hm? Ja, gut. Was auch. Ich bin nicht sicher, wie die zusammen gehen. Nein, ich würde lieber nicht. Nein, ich würde lieber nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Könntest du mir etwas von diesem... Das ist der selbe Dialog, den wir schon hatten. Weihrauch? Nein, ich würde lieber nicht. Sonst gab's hier nix. Nöö. Rattengift können wir nicht mitnehmen, Schlange im Glas,間aressen. Die da quatschen immer noch. Kann man den mit der Socke vertreiben? treiben. Die Hacke? Braucht ihr ein bisschen Pfeffer? Wie wäre es mit einem Blatt? Ich meine natürlich ein Blatt. Eigentlich... Oh nein, haben sie Blanket? Also Decke etwa mit... Warum hat jemand eine Decke mit Blatt übersetzt? Es ist Stoff. Naja, egal. Weihrauch? Will jemand Weihrauch? Warum habe ich mich eigentlich ausgeblendet? Ich habe gerade in die Kamera geguckt und ich habe mich selber nicht gesehen. Na gut, mich hat auch kein anderer gesehen, aber Fluss? Hmm. Fassade? Ich frage mich, ob wir die Fassade irgendwie verunstalten können. Mit ein bisschen Weihrauch. Wahrscheinlich nicht. Mit der Hacke. Oh, können wir die Hacke vor die Tür packen? Ja, äh... Okay. Die Pfeffer ist zurück. Ja. Sie sieht sicherer als immer. Sie ist nicht weg. Diese Zeit! Okay. Sie geht und, äh, man sieht da bei der Tür ist dieses Küchentür. Jetzt... Jetzt können wir die Küchentür nämlich zumachen und die Hacke einmal davor. Okay, gut. Können wir das Rattengift jetzt klauen? Ähm... Äh... Äh, ja? Äh... Topf? Äh... 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 I don't think that will work. Na gut, machen wir die Küchentür wieder auf. What did you do? Nothing. Nothing. Door just got stuck for a second. Okay, bye. Hm. Okay, bye. So, jetzt haben wir ganz viele Sachen. Hacke, Fleisch, Eier, leere Flasche Rattengift, Blatt, käsige Soße, Pfeffer, Farbrezept und Weihrauch. Können wir ihr ein Ei ins Gesicht knallen? Ich bin nicht sicher, wie die zusammenkommen. Können wir... Fleisch! Nein, 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 nein. Okay, immerhin sagt sie da nein, danke. Wie wär's mit Rattengift? Nein, ich würde lieber nicht. Äh... Stinkige Käsesocke? Ich denke nicht, das wird funktionieren. Chili? Ich denke nicht, das wird funktionieren. Hm. Okay, können wir noch mal mit ihm reden? Vielleicht gibt's ja irgendwas Neues. Äh, was wär, wenn sie... Welche Arten von Warn... Oh, genau. Hey, äh, welchen Arten von Goods hast du meistens mit dem Gravedigger? Ich bin Angst, es wird eine Verbreitung von seinem und meinem Arten, um dir zu erzählen. Oh, komm mal, es ist kritisch für meine Mission. Ich bin entschuldig, Zeitreiter, Ende des Weltes oder nicht. Ich schaue, es ist nichts von deinem Geschäft. Hm. Tja. Dann können wir sonst nur ausprobieren. Es sei denn, sie hat noch irgendwas zu sagen. Du schaust dir genau richtig, Chipper. Oh, danke. Entschuldigung, ich habe das nicht getroffen. Ich habe dich nicht getroffen. Die Frau hat dich für das Kompliment gegründet. Ja. Ich bin Angst, sie ist die ganze Gemeinschaft, um ihre aktuelle Exprache zu behalten. Hm. Aber... Wir haben ja jetzt ein paar Sachen. Irgendwas davon werden wir doch schon... Moment. Nein, wir können nicht die Eier gegen die Fassade schmeißen, oder? Ich bin nicht sicher, wie die zusammenkommen. Können wir die Eier mit dem Fleisch benutzen? Ja, ist ja gut. Also irgendwie können wir was zu essen machen. Das können wir dann wahrscheinlich ihr geben, oder so. Und dann, weil es scharf ist, guckt sie nicht mehr so. Fröhlich. Und dann kann er sie malen. Hallo? Gehst du? Bitte? Ja. Danke.